Professor LG Near erklärt die Technikwelt. Gamer aufgepasst! Heute möchte Professor LG Near euch zeigen, dass LG OLED TVs dank ihrer selbstleuchtenden Pixel und vieler anderer technischer Raffinessen auch für intensives Gaming perfekt geeignet sind. LG OLED TVs überzeugen nicht nur mit der Präzision ihrer selbstleuchtenden und individuell ansteuerbaren Pixel, denn dank ihrer G-Sync-Kompatibilität ist ein flüssiges, superschnelles Gaming garantiert. Übrigens sind die LG OLED TVs die einzigen TVs am Markt, die G-Sync-Kompatibel sind. Der intelligente Alpha 9 Gen 3 AI Prozessor sorgt für eine schnellere Reaktionszeit und eine geringere Eingabeverzögerung. Im Spielmodus werden Anzeigenlatenz, Bewegungsartefakte und Tearing-Effekte auf ein Minimum reduziert. Perfekt für schnelles Gameplay. Da sich bei Videospielen die Bildwiederholungsraten kontinuierlich ändern, unterstützen LG OLED TVs die HDMI 2.1 Features, VRR und ALLM. Dadurch kann sich der TV perfekt an den Gaming-PC oder die Spielekonsole anpassen und absolut flüssiges Gameplay mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde bei voller 4K-Auflösung realisieren. Worauf kommt es noch an? Den Input-Lag. Hier machen Sekundenbruchteile den entscheidenden Unterschied. Minimale Eingabeverzögerung im Spielmodus und ein extrem schnell schaltendes OLED-Panel garantieren knackiges, reaktionsschnelles Gameplay. Und das bei glasklaren, plastischen Bildern ohne Tearing-Effekte. Der Sieger heißt somit der LG OLED TV. Ein weiteres Highlight ist sicherlich der AI-optimierte Sound. So hört und spürt ihr die Action förmlich, dank der perfekt ausbalancierten Effekte. Tja, lieber Professor, auf das Spiel musst du dich schon selbst konzentrieren. Das intelligente Thin-Cue und die Hands-Free-Voice-Control-Funktion kann euch schon mal den entscheidenden Vorteil verschaffen. Denn ihr könnt euch einfach weiter auf das Spiel konzentrieren, während der TV eure Befehle umsetzt. Eine weitere Besonderheit der LG OLED TVs, sie wurden vom TÜV als besonders augenschonend ausgezeichnet und stehen für höchste Bildqualität ohne Flimmern und mit sehr niedrigem Blaulichtanteil. Da wird auch eine längere Gaming-Session gleich viel entspannter.